jo leute was geht ab und willkommen zu einer weiteren folge fitterbeast und wir gehen was ich glaube ich schafte und es ist sehr spät jetzt gerade weil wir keine andere zeit gefunden haben weil wir das aufnehmen sollten standbild 9 und wir müssen jetzt in die mine weil er die dias versaut hat ja wieso auch keine ahnung schau ich bin schon mal unten alter hier ist aufregt aber ist lag wie viel fackeln hast du hier platziert hier spawnen nix mehr komm hoch zack ouch so alter wieso muss denn das sein was meinst du so graben wir einfach mal da lang komm schon diamanten lass bitte direkt diamanten kommen das ist ja so epic wie mich das aufregt ich hoffe läuft jetzt alles so wieder hoch und weiter graben das musste ja auch sein warte alter so es ist wieder laut so weiter geht's okay so fertig ja und schon wieder das leise und hier bin ich wieder nach einem kurzen cut hier habe ich das internet reparieren müssen alter so hier mache ich jetzt erst fast und zwar das hier die gänge brauchen wir nicht deshalb so und was einmal du dich immer da unten haben so weiter geht's so 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 ähm eisen ich hab bis jetzt nur eisen gefunden es ist ja nacht keine ahnung nimm deine uhr und schau ich hab keine es leckt es ist schon wieder dunkel wo hast du hier ist schon wieder neun neuer gang äh du hast ne uhr ich hab auch nicht dabei alter in der letzten folge gegangen ist so gut jetzt geht's gar nicht mehr ha lol so heute wird die folge auch ein bisschen kürzer weil ich keine zeit habe muss ich gleich noch minecraft revolution aufnehmen und dann muss ich das ganze zeug noch rendern und dann muss ich pennen gehen jo genau so alter keine rückmeldung ich bin in der höhle mal wieder standbild sehr schön ich glaub die meiste zeit der aufnahme bin ich im standbild modus sehr sehr gut ich lass das natürlich ich geh gleich drauf natürlich was soll ich denn sonst finden ja ne mir spawnt einfach ein zombie sehr gut karotten karotten echt yeah läuft bei dir warte mal in redstone in der nähe ist lava und was noch dias und ich rühre auch schon lava aber hier war einfach nix deshalb weiter okay komm schon lass mich doch einfach dias finden und wenn ihr wollt dass ich das im speed mache schreibt es bitte in die kommentare das wäre das bräuchte ich nämlich ah da bist du schon gedacht wer baut hier ab ja bau du mal andere gänge das wäre ganz gut dann ist die chance höher dias zu finden und jetzt ist die musik so leise alter ich hasse standbilder jetzt ist wieder laut ah das wird sich hoffentlich bald beheben ich bekomme ja noch ein pc ich bekomme als internet die bekommen ganz viele neue so komm schon dias dias ihr schreie rum wenn ich dias finde ja 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 ich schreie ich geh drauf wieso silberfischchen und bei mir lecks ey ich hab in dem projekt noch nie silberfische gesehen ich glaub einmal war das komm zu mir komm zu mir wieso will ich nicht ich hab aber keine rüstung ich auch nicht komm zu mir mal ich will dir zeigen wie das geht wir haben block abbauen und dann kommen sie raus ich weiß das ich weiß auch viel ich weiß auch viel das ist schon alles ganz chillig aber ich hab ne minium schabe gefunden wieder ach alter schreckt mich doch nicht so von den vierern bekommt man voll viele minium schaben ja dann ist gut die brauchen gold ey gold ist eigentlich auch recht selten aber dias sind noch seltener und was finde ich jetzt ich suche dias und finde gold 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 ist das vermögen der welt was jungs 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 nach sieben minuten dann beenden wir schon wieder die folge hoffentlich finden wir jetzt nicht nur vier dias sondern gleich neun zehn wären am besten du findest dias und ich finde dias das wäre so perfekt weil könnten wir mfe und daraus könnten wir den mfsu machen und den werde ich nicht schrotten ahja und die ranch mache ich dann oben direkt auch noch weil sonst machen wir wieder was kaputt das liegt nicht am mikro das liegt an was anderem an was denn karotte wir haben eine karotte garotte flotte garotte so zack zack weiter geht's ey ich finde hier einfach keine dias und jetzt gleich kommt ne fette schlucht super ich baue mich direkt in ne fette schlucht rein ohne witz nein ich baue mich nicht in die schlucht ich baue mich direkt unter der schlucht durch perfekt glaube ich zumindest so sieht's aus saphire was fände ich jetzt hier wurde gefunden kohle gefunden ja kohle ja von denen haben wir auch noch mal viel ja kohle habe ich noch aber nicht mehr so viel es geht ja denn wenn man es wieder braucht findet muss nicht gell ja das ist normal so jetzt brauchen wir dias standbild 25 level alter fascht fascht safire alter bin level 30 ich habe auch 30 level gehabt aber dann habe ich ja etwas verzaubert deine schlucht ey das war das schlauste was du je getan hast ja ohne witz es war das beste die folge wird so langweilig ich mache die ganze zeit das gleiche aber das muss auch sein ne muss es nicht nur wegen mir muss das ja unbedingt kaputt machen und dann explodiert auch noch der rotary macerator und ein industrie furnace alter das ist ja nicht das große problem dazu braucht man keine dias aber was ich lasse jetzt die ohre hier liegen schlucht voraus ich grabe mir gerade voll in die fette schlucht hinein oh das ist keine schlucht das ist ein minenschacht ja bei mir auch hier greife ich gleich weiter gerade in den richtig fetten rein immer am besten so dicht so perfekt ist er hier nämlich weg zack weiter bauen ist hier ja nichts passiert alter wenn ihr mal auf der mind map die ganzen sachen anschauen könnt alter das ist episch was da für gänge sind alter ich bin doch schon auf ebene 11 ich bin nur kacke ich habe mich gerade voll in eine fette schlucht rein mit minenschacht solange du dias für nisch ok ich geh zurück es ist mal gefährlich solange habe ich noch nie für dias gegraben ich habe immer welche gefunden ach du scheiße ach du scheiße wenn du mal zu mir kommst ich habe sie schon so fette höhlen das ist abnormal was die höhlensysteme hier da ist ein hundert mal hundert war ne was was hast du gesagt da ist ein hundert mal hunderte breiter lavasee perfekt voll heftig und richtig fette ähm höhlensysteme mit lavabecken und alles voll heftig und röben zombies und jetzt gleich sollte lava kommen ach komm ich brauche mich direkt in den lavasee rein da ist auch schon das Lava da ist auch schon das Lava ach man ja ja bitte lass dias da sein komm schon jetzt überschwemmst dir einfach alles was denkst du den blockt er dich nicht ab aber doch nix machen gell ich hab Schandbild äh er ist zu spät alter jetzt lauft er wieder Lava komm schon hab ne Truhe gefunden bitte lass dias drin sein was ist drin selber fische alter Minium Miniumscherbe Kohle ähm Minecraft ohne Witz Kohle ist in der Kiste nix besonderes nein ach kacke man ui da hier ist Uranium alter ich hab Schwefel weg damit alter wieso sind das so Standbilder keine Ahnung mach doch gar nix ich renne da nix ich mach nix ich lade nix hoch das ist ja nochmal normal hey grad wo du es gesagt hast vorhin mit den Silberfischen ich hab noch nie welche gesehen jetzt find ich direkt Silberfische weiß beschützt du mich grad eh nö äh hallo was ist jetzt kannst du an dass ich drauf geh ähm ich würd sagen wir wenden die Folge ich kanns ja noch wenden das ist Standbild läuft bei dir oh man ich will doch nur dias komm schon jetzt hier aber mal komm Endspurt wir euch jetzt sagen wir beenden jetzt die Folge haut rein bis zum nächsten Mal ciao ciao ja also machts gut bis zum nächsten Mal ciao